Dann wünsche ich Ihnen allen auch noch mal einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie sich für die Ergebnisse unserer Migrantenstudie interessieren. Ich habe einige Folien dazu vorbereitet, werde diese präsentieren und an der einen oder anderen Stelle Sie eben auch einmal bitten, Ihre eigene Einschätzung abzugeben. Ich selber, ich komme vom Sinus-Institut. Wir sind ein sozialwissenschaftliches Institut, das vor allem den Wertewandel und die Lebenswelten in der Gesellschaft erforscht und eben dann auch auf Basis dessen beratend tätig ist. In unserem heutigen Webinar wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Migranten in Deutschland eigentlich leben. Das heißt jetzt mal ganz konkret, wie Ihr Alltag aussieht, welche Lebensziele Sie verfolgen, welches Identitätsempfinden Sie haben, inwieweit Sie sich als integriert sehen und schließlich natürlich auch, wie Migranten das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland überhaupt wahrnehmen. All diese Fragen sind wir am Institut mit einer groß angelegten Studie nachgegangen. Genau genommen waren es zwei Studien. Eine qualitative Studie und im Anschluss daran eine repräsentativ Studie. Insgesamt haben wir mehr als 2000 Menschen mit Migrationshintergrund befragt. Und zwar eben nicht nur anhand von Fragebögen, ganz klassisch, wie man es kennt, sondern wir haben zusätzlich auch 160 Tiefeninterviews durchgeführt. Das heißt, wir waren bei den Menschen zu Hause und haben uns ganz frei und offen mit ihnen über die verschiedenen Themenaspekte unterhalten. Und dabei ist uns sehr schnell aufgefallen, wie unterschiedlich die Wertvorstellungen, Lebensstile und eben auch die Integrationsniveaus in der migrantischen Bevölkerung sind. Und genau um diese Unterschiedlichkeit zu berücksichtigen, haben wir auf Basis der Befunde ein Modell entwickelt. Dieses Modell, das besteht aus insgesamt zehn grundverschiedenen Migrantenmilieus. Wir haben jetzt heute nicht ganz so viel Zeit, um alle zehn Milieus durchzugehen, aber zwei Milieus möchte ich Ihnen heute etwas genauer vorstellen, damit Sie hier eben auch einen Eindruck gewinnen. Bevor wir aber in die zwei Milieus reingehen, werde ich Ihnen erst einmal ein paar ausgewählte und zwar milieuübergreifende Ergebnisse der Studie vorstellen. Zunächst sind wir der Frage nachgegangen, wie es eigentlich um die soziale Integration bestellt ist. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Bereitschaft, sich in Deutschland zu integrieren, in weiten Teilen der Migrantenpopulation stark ausgeprägt ist. Wir sehen hier, 84 Prozent fühlen sich mit Deutschland stark oder sogar sehr stark verbunden. 78 Prozent geben an, sich den Deutschen ziemlich nah zu fühlen. Ebenfalls 78 Prozent unterhalten sich mit den engsten Freunden nur auf Deutsch, überwiegend auf Deutsch oder teils auf Deutsch. Und 79 Prozent verbringen nach eigener Aussage mindestens einmal in der Woche ihre Freizeit mit Deutschen. Das heißt, ein pauschales Vorurteil, wie man es hier und da einmal hören mag, Menschen mit Migrationshintergrund würden sich nicht integrieren bzw. sich nicht integrieren wollen, findet hier schon mal keineswegs Bestätigung. Dennoch darf man natürlich auch nicht verschweigen, dass es auf der anderen Seite einen Teil in der migrantischen Bevölkerung mit Integrationsdefiziten gibt. Auch hierzu habe ich einmal ein paar Ergebnisse mitgebracht. Immerhin 21 Prozent betrachten ihr Herkunftsland als ihre eigentliche Heimat. 38 Prozent glauben, dass es für Leute, wie sie heute wenig Chancen gibt, es zu etwas zu bringen. 15 Prozent haben an ihrem Arbeitsplatz bzw. an Schule, Universität keine Kontakte zu Personen deutscher Herkunft. Und 19 Prozent fühlen sich manchmal heimatlos, wissen nicht, in welche Kultur sie gehören. An dieser Stelle würde ich gerne Sie einmal um eine erste Einschätzung bitten, auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie bis hierhin von mir gehört haben. Wie würden Sie denn ganz allgemein das Zusammenleben von Migranten und Einheimischen bewerten? Was glauben Sie? Sehr gut, eher gut, eher schlecht, sehr schlecht. Genau die gleiche Frage haben wir gestellt in unserer Untersuchung. Und ich werde Ihnen dann gleich zeigen nach Ihrer Einschätzung, wie denn die Befragten darauf geantwortet haben. So, Sie bekommen jetzt gleich von mir einen Punkt, den Sie dann bitte entweder neben das jeweilige Bewertung kleben oder direkt da drunter, damit man das eindeutig zuordnen kann. Ich wähle jetzt so einen Punkt aus. Der wird anonym vergeben und verteile Ihnen den jetzt. Und Sie brauchen jetzt nur das zu akzeptieren. Und dann erscheint rechts oben der Punkt, den können Sie dann mit der linken Maustaste packen und auf die Tischmedizin. Gut, ich denke, das wären so weit, denke ich, alle. Also der Schwerpunkt, der liegt bei eher gut. Es sind aber schon auch einige dabei, die ein bisschen skeptischer sind, eher schlecht. Sehr gut, immerhin haben wir einmal. Das halten wir jetzt einfach mal so fest. Und dann schauen wir doch jetzt einmal, was die befragten Personen geantwortet haben. Bevor wir das aber machen, hätte ich doch noch eine weitere Frage an Sie. Die schließt sich daran nämlich an. Was glauben Sie denn, wie wird sich das Zusammenleben in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Wird es sich eher verbessern oder eher verschlechtern? Da können Sie jetzt einfach mal den Daumen hoch oder den Daumen runter zeigen, je nachdem, was Sie meinen. Daumen hoch, Daumen hoch. Da kommt ein Fragezeichen. Ja, natürlich, der Blick in die Zukunft, so einfach ist es nicht. Aber also insgesamt haben wir hier eher den Daumen hoch. Also was heißt eher ganz deutlich den Daumen hoch. Die meisten gehen also davon aus, es wird sich eher verbessern. Okay, dann schauen wir jetzt doch mal, was die Befragten dazu sagen. Wie wir hier sehen können, wird das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Migranten überwiegend positiv bewertet. Acht Prozent halten es für sehr gut, 58 Prozent für eher gut. Allerdings, das haben wir auch gefragt, ist jeder Dritte der Meinung, das Zusammenleben habe sich in den letzten Jahren eher verschlechtert oder sogar deutlich verschlechtert. Jetzt stellt sich an dieser Stelle auch noch die Frage, das haben wir überlegt, wenn sich dieses Zusammenleben verbessern sollte, wer müsste sich denn, ganz provokativ gefragt, an wen stärker anpassen? Die Migranten eher an die Deutschen oder die Deutschen eher an die Migranten? Auch diese Frage haben wir mal gestellt. Und wir sehen hier, dass die meisten Migranten sich selbst in der Pflicht sehen. 81 Prozent meinen, Migranten müssen sich mehr an die Deutschen anpassen, deutlich weniger, nämlich 37 Prozent sagen, Anpassung müsse von den Deutschen ausgehen. Dann habe ich noch ein letztes Chart zu den Allgemeinen befunden, und zwar mit der Frage, wie häufig sehen sich Migranten mit Diskriminierung konfrontiert? Die Grafik zeigt hier, dass sich die Befragten am häufigsten bei der Arbeitssuche und bei der Wohnungssuche diskriminiert fühlen. Immerhin jeweils jeder Fünfte sieht sich hier sehr häufig oder eher häufig diskriminiert. Soweit zu einigen allgemeinen Befunden der Studie. Fraglich ist jetzt allerdings, wie sich die Befunde darstellen, wenn wir Migranten nicht als eine einzige Gruppe betrachten, sondern berücksichtigen, dass es unter den Migranten eine große Vielfalt von Menschen mit jeweils vollkommen unterschiedlichen Lebenswelten, Wertebildern und eben auch Integrationsniveaus gibt. Wie unterschiedlich dann die Ergebnisse ausfallen, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, indem wir uns einmal zwei Migrantenmilieus herausgreifen, die ich Ihnen dann näher beschreiben werde. Wir beginnen mit dem sogenannten intellektuell-kosmopolitischen Milieu. Wir beschreiben dieses Milieu als erfolgreiche, aufgeklärte Bildungselite mit liberaler Grundhaltung und vielfältigen intellektuellen Interessen. Ich möchte Ihnen hier einmal zeigen ein erstes Zitat, was Menschen, die diesem Milieu angehören, häufig sagen. Wir sehen, dass die Weltoffenheit einfach da ist. Beispielsweise sehen wir das an dem Zitat, bevor ich nach Berlin kam, habe ich in Spanien, in Australien, in Kenia für eine Weile gelebt. Die Ankerwerte in diesem Milieu, also Werte, die den Milieuangehörigen besonders wichtig sind, sind Kreativität, Selbstverwirklichung, Leistungsbereitschaft, Toleranz und Weltoffenheit. Dass dieses Milieu postmateriell orientiert ist und vielfältige intellektuelle Interessen hat, zeigt auch ein Blick auf die Wohnbilder. Ich sagte ja eingangs, dass wir eben auch zu den Menschen nach Hause gegangen sind, sie dort befragt haben und wir durften dort eben auch Bilder machen, Fotodokumentationen. Wir haben ein großes Bücherregal, hier eine Weltkarte, verschiedene Mitbringsel von ihren Reisen. Deutlich wird hier eben auch, dass ihr eigener Stil oft geprägt ist durch multikulturelle Einflüsse. Ihre Weltoffenheit, ihre Toleranz und ihre kulturellen Interessen spiegeln sich auch direkt in den Ergebnissen unserer Befragungen wieder. Ich bin für die Gleichberechtigung der Homosexuellen in unserer Gesellschaft. Diese Aussage stimmten 91 Prozent der intellektuellen Kosmopoliten zu. Im Durchschnitt aller Befragten, das sehen Sie hier recht, bei Gesamt, sagten das 53 Prozent. Und immer, wenn ich Zeit dazu finde, beschäftige ich mich mit Kultur und Kunst. 70 Prozent Zustimmung bei den intellektuellen Kosmopoliten, nur 36 Prozent im Durchschnitt. Daran erkennt man, was dieses Milieu eben auch ausmacht. Zwei Zitate, die ihre Offenheit und Toleranz weiter bekräftigen. Ein junger Mann beschreibt seinen Freundeskreis als auf jeden Fall bunt gemischt. Und eine junge Frau betont, ich mache selber für mich keine Trennung zwischen Hautfarbe, Religion, Rasse. Das spielt für mich gar keine Rolle. Für mich ist immer der Mensch im Vordergrund. Und ich möchte auch, dass die Welt irgendwie so ist, dass das irgendwann mal funktioniert mit uns allen zusammen. Religion hat in diesem Milieu eine eher geringe Bedeutung. In jedem Falle betrachtet man Religion als Privatsache, auch wenn man selbst nicht gläubig ist, nicht unbedingt. Religiöse Toleranz ist den intellektuellen Kosmopoliten wichtig. Auch dazu ein Zitat. Ich persönlich bin jetzt keiner Religion wirklich zugewandt. Ich bin eher Atheist. Religion, das tun viel zu viele in den Vordergrund stellen. Aber es hilft auch vielen Menschen, Dinge zu überstehen, gerade wenn sie in misslichen Lagen sind. Ich respektiere die Regeln indirekt sowieso, die in den Geboten sind. Jetzt noch mal eine nächste Frage an Sie. Wir haben die intellektuell Kosmopoliten auch gefragt, inwiefern sie dieser Aussage zustimmen würden. Ich fühle mich den Deutschen ziemlich nah. Wenn Sie jetzt noch mal reflektieren, was ich bisher gesagt habe zu diesem Milieu, was glauben Sie, wie viel Prozent haben in diesem Milieu diese Aussage zugestimmt? Da kann ich auch direkt sagen, die meisten liegen hier also sehr richtig mit Ihrer Einschätzung. Wir können uns das einmal hier anschauen. Ich fühle mich den Deutschen ziemlich nahe, haben 86 Prozent gesagt. Also entweder haben Sie voll und ganz zugestimmt oder eher zugestimmt. Im Durchschnitt der Befragten sagten das übrigens 78 Prozent. Also bei diesem Milieu sind es noch mal etwas mehr. Und auch das ist eben dann typisch für dieses Milieu. Man findet es einfach, die deutsche Lebensweise und die des Herkunftslandes zusammenzubringen. Man betrachtet es oft als Vorteil, in zwei Welten zu leben. Ein junger Mann, der beschreibt es hier so. Ich lebe bewusst in zwei Welten, spreche beide Sprachen, sehe beides als meine Herkunft an. Das ist doch ein toller Vorteil. Ich habe zwei verschiedene Herzen, die in mir schlagen und zusammen machen sie das aus, was ich bin. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Das hohe Integrationsniveau dieses Milieus zeigt sich unter anderem daran, dass für 36 Prozent Deutsch die Muttersprache ist. Für diejenigen, für die das nicht gilt, 64 Prozent meinen, sie hätten sehr gute Deutschkenntnisse. Weiterhin haben 78 Prozent der Milieuangehörigen persönliche Kontakte zu Personen deutscher Herkunft in der Familie. Außerdem pflegen die meisten häufige Freizeitkontakte zu Deutschen. Interessant ist nun auch, dass die Verbundenheit mit Deutschland ja stärker ausgeprägt ist als die Verbundenheit mit dem Herkunftsland. Eine sehr starke Verbundenheit mit Deutschland empfinden 45 Prozent. Eine sehr starke Verbundenheit mit dem Herkunftsland empfinden hingegen nur 17 Prozent. Und das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland bewerten immerhin 68 Prozent als sehr gut oder eher gut. Also etwa das, was wir auch im Durchschnitt der Befragten gesehen haben. Dabei ist man hier deutlich häufiger der Meinung, dass sich Migranten mehr an die Deutschen anpassen müssten. Das sagen nämlich 84 Prozent. Und dass sich die Deutschen mehr an die Migranten anpassen müssten. Das sagen hingegen deutlich weniger, nämlich 32 Prozent. Schließlich noch der Blick auf die Diskriminierungserfahrung. Wenn man sich die Prozentwerte hier anschaut, dann sieht man, die sind vergleichsweise gering. Beim Arbeitsplatz etwa fühlen sich 7 Prozent sehr häufig oder eher häufig diskriminiert. In Gaststätten, Hotels oder Clubs sind es 3 Prozent, beim Einkaufen 1 Prozent. Also eher niedrige Werte. Die höchsten Werte, wie im Durchschnitt der Befragten auch, haben wir bei der Wohnungssuche und bei der Arbeitssuche. Bei Behörden sind es ebenfalls 13 Prozent. Aber auch das werden wir gleich sehen, wenn wir uns ein anderes Milieu anschauen, sind insgesamt eher geringe Werte. So, ganz anders verhält es sich nun mit dem Milieu der religiös Verwurzelten. Das religiös verwurzelte Milieu ist das zahlenmäßig kleinste Milieu. Und das möchte ich auch wirklich betont wissen. Dieses Milieu ist patriarchalisch geprägt, außerdem sozial und kulturell weitgehend isoliert, muss man sagen. Es ist verhaftet in vormodernen Mustern der Herkunftsregion. Das heißt dann eben auch, dass man selbst wenig Anstalten macht, sich zu integrieren. Vielmehr bleibt man unter sich und schottet sich eher ab. Ein erstes Zitat zur Verdeutlichung. Ich komme aus einer total anderen Kultur, andere Sprache. Alles ist anders. Ich bin auch hier so geblieben in Deutschland, wie ich aufgewachsen und erzogen bin. Bei mir hat sich seit zwölf, dreizehn Jahren nichts geändert. Vielleicht bin ich etwas gläubiger geworden. An den Wohnbildern lässt sich ihre eher traditionelle und religiös orientierte Grundhaltung gut erkennen. Wir haben hier die traditionelle Sitzecke, die goldfarbene Tapete und religiöse Symbole. Was ist Ihnen wichtig? Welchen Werten hängen Sie an? Im religiös verwurzelten Milieu dominieren vormoderne Wertvorstellungen. Man möchte seine herkunftskulturelle Identität bewahren. Wichtig ist Ihnen ein starker Zusammenhalt in der Familie. Gerade die Familien Ehre spielt hier doch eine große Rolle. Man geht religiösen Pflichten nach und hält sich an Gebote wie Verbote. Hier sehen Sie einmal zwei typische Befunde aus den Befragungen. Das sind jetzt wiederum Aussagen mit besonders hohen Zustimmungswerten. Also Aussagen, die deutlich machen, was die religiös verwurzelten im Vergleich zu den anderen Milieus besonders unterscheidet. So stimmen 70 Prozent der religiös verwurzelten der Aussage zu. Mein Herkunftsland ist meine eigentliche Heimat. In Deutschland verdiene ich nur mein Brot. Im Durchschnitt aller Befragten sagten es gerade mal 21 Prozent, nur ein Fünftel. Weiterhin geben 60 Prozent der religiös verwurzelten an. Sie würden es immer wieder erleben, dass sich Deutsche vor Ihnen zurückziehen. Also ein Gefühl von Benachteiligung des Nicht-Akzeptiert-Werdens wird hier deutlich. Charakteristisch für dieses Milieu ist auch, dass eine deutliche Mehrheit älter ist als 50 Jahre. Die Hälfte der Milieuangehörigen ist bereits 60 Jahre oder älter. Weitere soziodemografische Merkmale sind ein niedriges Bildungsniveau, auch ein hoher Anteil von Nicht-Berufstätigen und ein niedriges Einkommensniveau. Wie man es schon an ihrem Namen vermuten mag, die Religion hat hier eine sehr große Bedeutung. Das zeigt sich auch in der Grafik hier. 44 Prozent sagen Religion hat für mich eine sehr große Bedeutung. Weitere 36 Prozent sagen Religion hat für mich eine große Bedeutung. Zwei Zitate, die das untermauern. Ein junger Mann sagt, Religion treibt bei mir alles an, da unsere Religion viele Verbote und Gesetze hat, die man achten soll. Und eine 36-jährige Frau meint, ich trage ja auch Kopftuch, ich glaube auch an meinen Glauben. Also ich wurde nicht überredet oder ich mache es nicht nur, weil es gewollt wird. Ich glaube ganz fest daran. Jetzt möchte ich zunächst einmal wiederum Sie fragen, was glauben Sie denn jetzt in diesem Milieu? Wie ist denn hier die Zustimmung auf die Aussage? Ich fühle mich den Deutschen ziemlich nah. Und da auch bitte wieder in die Sprechblase schreiben. 10 Prozent, 20 Prozent, unter 20 Prozent. 45 Prozent, ein bisschen mehr. Also insgesamt deutlich niedriger. Das war klar. Ich zeige Ihnen mal das Ergebnis. Das passt soweit mit dem, was Sie hier vorgeschlagen haben, wie Ihre Einschätzung ist. Ich fühle mich den Deutschen ziemlich nah, haben tatsächlich 27 Prozent gesagt. Auch die andere Aussage ist natürlich hier interessant. Obwohl ich in Deutschland lebe, bin ich doch sehr anders als Deutsche. Das sagen 90 Prozent. Religiös Verwurzelte fühlen sich eben meist eindeutig ihrer Herkunftskultur zugehörig. Das konnte man hier genau oder gut sehen. Man sieht sich selbst weniger als Deutscher. Die deutsche Kultur ist vielen von Ihnen auch fremd. Das sagen Sie häufig auch so. Auch hier kommt es bei diesem Zitat ganz gut zum Ausdruck. Wir sind keine Deutschen und meine Kultur und meine Religion habe ich beibehalten. So wie meine Eltern das mir weitergegeben haben. Und ich versuche, das auch meinen Kindern weiterzugeben. Wir sind nun mal keine Deutschen. Wir sind nun mal Türken. Mit Blick auf die soziale Integration lässt sich zunächst festhalten, dass nur für ein Prozent der religiös verwurzelten Deutsch die Muttersprache ist. Und nur fünf Prozent angegeben haben, sie hätten sehr gute Deutschkenntnisse. Weiterhin haben vergleichsweise wenige Milieuangehörige persönliche Kontakte zu Personen deutscher Herkunft in der Familie oder in der Verwandtschaft. Außerdem pflegt man kaum Freizeitkontakte mit Deutschen. Oft ist es auch so, dass sich Segregationstendenzen ausmachen lassen. Religiös verwurzelte kapseln sich doch oft ab und sind weniger bereit, sich anzupassen. Nur ein Bruchteil von einem Prozent fühlt sich sehr stark mit Deutschland verbunden. Im Gegensatz dazu sind es 56 Prozent, die hervorheben, sich sehr stark mit ihrem Herkunftsland verbunden zu fühlen. Das gesellschaftliche Zusammenleben wird zu 36 Prozent als sehr gut oder eher gut beurteilt. Im Durchschnitt der Befragten, hier sehen Sie es noch einmal, hatten wir 66 Prozent. Also auch hier wieder ein deutlich niedrigerer Wert. Dabei sieht man jetzt als einziges Milieu hier, dass dieses Milieu die deutsche Bevölkerung stärker in die Pflicht nimmt, wenn es um das Zusammenleben geht, als die migrantische Bevölkerung. 59 Prozent sind hier der Ansicht, die Deutschen müssen sich mehr an die Migranten anpassen. Etwas weniger eben, dass sich die Migranten mehr an die Deutschen anpassen müssen. Und hinzu kommt, wenn wir auch diesen letzten Punkt uns noch einmal anschauen, Diskriminierungserfahrung. Das sehen wir hier. Wir haben doch in allen Punkten deutlich höhere Prozentwerte bei der Wohnungssuche. Sagt sogar jeder Zweite, fühle sich sehr häufig oder eher häufig diskriminiert. Aber auch sonst am Arbeitsplatz 24 Prozent. Das sind insgesamt einfach doch sehr hohe Werte, gerade wenn man es vergleicht mit dem, was wir zuvor gesehen haben bei den intellektuellen Kosmopoliten. Auch hierzu habe ich noch ein letztes Zitat, das das noch einmal deutlich zum Ausdruck bringt. Aber diese Öffentlichkeit, wenn alle gucken, das ist das Unangenehme. Und die sprechen dann immer gleich, oh Kopftuch, ihr blöden Ausländer, geht in euer Land. Die sprechen immer als allererstes das Kopftuch an. Okay, damit habe ich jetzt einmal zwei von insgesamt zehn Migrantenmilieus in aller Kürze natürlich vorgestellt. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Auszug. Mir war es aber einfach mal besonders wichtig, Ihnen aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Wertvorstellungen, Lebensstile und eben auch die Integrationsniveaus in der migrantischen Bevölkerung sind. Und ich möchte es noch mal betonen, dass das Milieu der religiös Verwurzelten klar das zahlenmäßig kleinste Milieu darstellt. Wir haben ja dieses Modell quantifiziert und deswegen habe ich jetzt hier am Ende auch mal noch die Prozentwerte hinzugefügt. Das ist also, dass wir haben hier 6,5 Prozent, wenn wir die migrantische Population nehmen als Grundgesamtheit. Und das ist natürlich deutlich weniger, wenn Sie alle anderen Milieus im Vergleich dazu sehen. Also die allermeisten Menschen mit Migrationshintergrund wollen sich integrieren, beziehungsweise sind integriert. Und das sage ich Ihnen jetzt ohne eben noch all die anderen Milieus vorgestellt zu haben. Aber dieses religiös verwurzelte Milieu, muss man einfach sagen, das ist ein kleines Milieu, klar mit den Vorstellungen. Und auch eben auch ein Milieu, das sich weniger bereit erklärt, in unseren Befragungen sich zu integrieren. Jetzt sehe ich hier noch mal eine Frage. Haben Sie auch nach der Akzeptanz von, ich kann leider nicht weiter... Doch, Sie brauchen nur draufgehen mit der Maus und nicht stillhalten. Haben Sie auch nach der Akzeptanz von Homosexualität gefragt? Ja, natürlich. Also die Fragen, die ich aufgezeigt habe, die haben wir natürlich in jedem Milieu gefragt. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, wie das dort ausgefallen ist. Aber natürlich sind auch hier die Prozentwerte ganz andere als bei dem, was wir zuvor gesehen haben, beim intellektuell-kosmopolitischen Milieu. Dann gehe ich mal noch weiter, denn ich habe zum Schluss noch einmal eine Frage an Sie. Mich würde jetzt mal interessieren, wo Sie denn die größten Herausforderungen, aber auch Chancen der Migration sehen? Wenn Sie jetzt all das, was ich Ihnen jetzt erläutert habe, aber auch ganz unabhängig davon, wie Ihr Eindruck so ist, wenn Sie das reflektieren, was glauben Sie, wo liegen da die Herausforderungen, wo liegen da die Chancen der Migration? Sie bekommen jetzt dafür von mir Karten, die Sie ausfüllen und auf die Tischmitte ziehen können. Die Karten werden auch anonym sein, sodass jetzt da keiner namentlich erwähnt wird, der was geschrieben hat. Vielleicht können wir mal, um es noch deutlicher zu machen, alles, was Sie als Chance sehen, in grüner Farbe, also mit einer grünen Karte und alles, was Sie als Herausforderung nehmen, als rote Karte nehmen. Und ich erkläre Ihnen gleich, wie das geht. Sie bekommen mal drei Karten. Die ist offen, die ist anonym, das stimmt. Und ich teile Ihnen jetzt diese Karte aus. Sie können jetzt auf Karten bearbeiten klicken und dann sehen Sie auf der rechten Seite diese Karten. Und wenn Sie die Karte auf den Bleistift, der oben rechts an jeder Karte ist, wenn Sie da draufklicken, dann dreht sich die Karte und dann können Sie die Farbe wählen. Dann können Sie einmal rot oder einmal grün wählen und dann Sie wieder umdrehen und dann können Sie sie befüllen und dann auf die Tischmitte ziehen. Sprache sehe ich jetzt schon häufiger, klar, kann sowohl als Herausforderung als auch als Chance gesehen werden. Sprache ist natürlich der Türöffner. Sprachqualifizierung natürlich. Echte Chancengleichheit, was die Bildung betrifft, das ist natürlich ein genereller Punkt, gerade für diejenigen, die bereit sind, sich zu integrieren, aber zu wenig Möglichkeit haben, sich weiter zu bilden in diesem Bereich. Chance natürlich, die kulturelle Vielfalt sehe ich persönlich genauso. Diversität geht genau in die gleiche Richtung. Neue Impulse und Erfahrungen. Jetzt kommt ganz viel, da komme ich gar nicht hinterher. Weltoffenheit in der Weltoffenheit, genau. Das passt ja natürlich genau zu dem, was wir bei den Intellektuell-Kosmopoliten bereits haben. Die bringen genau das mit rein. Ideenaustausch. Jetzt gehe ich noch mal auf die Herausforderungen. Politische Partizipation ist natürlich auch ein Punkt, der wichtig ist für ein höheres Integrationsniveau im Allgemeinen. Gefahr der Parallelgesellschaften, das haben wir natürlich in dem Milieu der Religionsverwurzelten. in der Tat, das muss man einfach auch deutlich so aussprechen, klar. Ein Rechtsrutsch in der Bevölkerung, das geht damit einher, wenn zu wenig gesehen wird, dass dieser Teil der migrantischen Bevölkerung, der sich weniger bereit erklärt, sich zu integrieren, als viel zu groß wahrgenommen wird. Denn das war ja einer der Punkte, die ich schon am Anfang versucht habe zu erläutern. Das ist ein ganz kleiner Teil. Die allermeisten Menschen mit Migrationshintergrund sind bereits integriert. Und wenn nicht, dann wollen sie sich integrieren. Globaler politischer Rechtsruck. Ja, das betrifft natürlich nicht nur die Entwicklungen, die wir hier in Deutschland haben, sondern man muss es europaweit, man muss es global sehen. Da kommt die Frage, wie definieren Sie die Integration? Also in der Befragung hatten wir objektive und subjektive Integrationsindikatoren. Ein objektiver Integrationsindikator ist beispielsweise die Sprache. Subjektive Integrationsindikatoren sind letzten Endes die, die ich Ihnen mal als Beispiel hier angeführt habe. Da geht es eben tatsächlich um die Frage, inwiefern sehe ich mich eigentlich selbst integriert? Das ist natürlich insgesamt eine sehr schwierige Frage, die zu beantworten, liegt, also meiner Meinung nach muss man beides heranziehen, die objektiven und die subjektiven Integrationsindikatoren. Und man muss es von beiden Seiten aus sehen. Integriert ist auch oder kann jemand nur dann sein, wenn er sich selbst als integriert fühlt. Deswegen sind mir persönlich auch immer die subjektiven Empfindungen da ganz wichtig. Daher haben wir hier auch einen Schwerpunkt in der Befragung tatsächlich gehabt, dass wir wirklich von den Befragten selbst wissen wollten, wie seht ihr das eigentlich, inwieweit seht ihr euch selbst integriert? Okay, dann haben wir hier eine Frage. Tauchen im religiös verwurzelten Milieu nur islamische Menschen auf oder sind dort auch andere Religionen vertreten? Ja, finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Nein, also das sind unterschiedliche Konfessionen. Es stimmt, wir haben einen Schwerpunkt. Muslimisch ist hier tatsächlich am häufigsten vertreten. Wir haben aber auch, ich glaube, ich habe das nicht im Kopf, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es sind mindestens 25 Prozent orthodox und katholisch. Also bei weitem nicht nur muslimischer Glaube. Gut, also wenn dann keine Fragen mehr sind. Sie hatten ja, Herr Trier, noch zwei, drei abschließende Fragen an die Teilnehmenden. Bevor Sie damit loslegen, möchte ich noch einmal mich bedanken, dass Sie sich interessieren oder interessiert haben für dieses Webinar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben. Wenn Sie weitere Informationen möchten, dann können Sie sich gerne einfach bei mir melden. Ich glaube, auf der letzten Folie ist auch noch mal meine E-Mail-Nummer zu sehen. Dann schreiben Sie mir einfach und können Sie Fragen stellen, die Sie jetzt vielleicht hier nicht stellen wollten oder die Ihnen erst im Nachhinein kamen. Vielen Dank.